Okay, eins, zwei, drei, vier, Digger. Wünsch dir deinen NDR. Wünsch dir deinen NDR. Unter dem Motto Vereint im Norden. In diesem Jahr suchen wir Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und davon auf dem roten Sofa erzählen möchten. Und wir kommen gerne zu euch, entweder in euren Verein. Es geht wieder raus ans Wasser. Und ich würde so gerne Bingo mit euch spielen. Was? Es gibt keinen, der was auf Pladü... Also, ich muck da natürlich. Ist das nicht herrlich? Willst du platt schnacken mit mi oder wat, Schalvi Mogen? Das ist natürlich Weltklasse. Ich komme in ihre Vereinsküche und helfe mit. Schnippeln, servieren, spülen. Ich mach klar Schiff bei Ihnen. Ich sech nur, do, wo du hin willst, dat sech ich die nu. Dat ist www.ndr.de-dein-ndr. Ey, so geil, Digger!